Das kommende Album von Beerdigung trägt den Titel wieder hässlich. Das Album erscheint voraussichtlich am 6. Januar über das Label Draca Entertainment. Alle weiteren Informationen zu dieser Veröffentlichung, die Vorbestellungslinks und die Titelliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.